Ich werde jetzt einfach, wenn die anderen Felder nicht gepflügt werden müssen, die Drillmaschine zu dem Feld bringen, wo du bist und dann kann der dort weitermachen, anstatt einfach nur nur kurz rumzustehen. Ich wollte es nur sagen, da kannst du ja aber wieder Soja oder so. Weißt du? Ja, ja. Das kleine Feld hier bringt 8000 Liter. Was machst du denn bitte mit dem Meter, Charlotte? Ich wollte, oh Gott. Ich habe mich hier eingehakt. Fahr du mal zum nächsten Feld, du hast da noch ein bisschen frei oder nicht? Ne, ich habe voll. Oh. Na, warte. Ja, 2% habe ich noch. Ja, ich komme dir schon hinterher. Ich glaube, der neue Mähdrescher hat sich sehr gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du müsstest dieses große Feld, was wir hier mit den Sojabohnen hatten, mit einem halb so großen Mähdrescher abernten. Ja, nicht halten, aber... Na doch, das Schneidwerk hatte nur 2 von diesen Unterteilungen. Was? Ne, 3 tatsächlich. Echt? Ja. Ja, die Unterteilungen waren größer. Du musst jetzt ein Stück vorfahren, aber... Scheiße. Du brauchst mir nicht ins Schneidwerk. Oh Gott. So funktioniert das nicht? Oh ja, so funktioniert das nicht. Oh Mann. Versuch jetzt mal den Hintermann. Fahr ruhig weiter. Der muss schon erst hier. Müsste ja hinten gleich voll sein. Ja, passt noch ein bisschen. So, ich bin leer. Okay. Ich habe 60% jetzt. Also 9400, das heißt, du hast noch 6500, oder? Ja. Mhm. Wie viel fasst denn dein Chrom-Tank? 9000. Okay. Oder 8900 oder so. Also ist bei dem komischerweise, glaube ich, eine krumme Zahl. Hast du das Pflanzenwachstum eigentlich komplett ausgestellt? Ja, weil das momentan noch zu lange dauert, weißt du? Also ich würde bis zu der Hälfte von dem Feld hier warten. Und dann wieder normal schalten. Ja. Aber ich habe es auf langsam oder so. Muss man tatsächlich kurz mal gucken. Normal, aber Echtzeit. Die Sämaschine quält sich hier mit 4 kmh über den Acker. Wie weit ist die? Die hat... Naja, aber die Hälfte fast. Okay, weil... Ich denke mal, wenn die fertig ist, kannst du auch anfangen, wieder... Ach, du bist gerade im Flug dran, ne? Mhm. Deswegen kann ich da nicht hinschalten. Das sieht doch halt überhaupt nicht schön aus, was der hier zusammen... Flüge? Äh... Pferd. Ne, in der Sämaschine. Das Feld ist nämlich zu groß. Mhm. Das haben wir noch künstlich erweitert. Das ist genau wie dieses kleine Feld zwischen den drei Feldern. Das gibt es eigentlich gar nicht. Das haben wir nur künstlich hingezogen. Was eigentlich total klug war, ja? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Weil wir haben nichts dafür bezahlt. Du musst mir nur mal sagen, Max... Ähm... Wie viel passen noch rein? 6.000 Liter. Ja. 6.500. Okay. Nur, dass ich es weiß, sodass ich dann... Dich rufe, wenn es soweit ist... Dass man dann... Dass du dann gleich wieder losfahren kannst. Ja. Aber wir sind erst bei 3.200. Man würde mal... Mich würde mal interessieren, ob du hier von jedem Gut... Pro... Hektar oder so... Gleich viel rauskrießt. Ne, ich glaube, da musst du wirklich darauf achten, auf die Fruchtfolge und auf Düngen und sowas. Das würde ich dem Spiel tatsächlich zutrauen, dass das mit drin ist, weil darum geht es ja eigentlich. Aber gedüngt wird ja immer. Bei uns. Ja. Aber wir haben eine relativ monotone Fruchtfolge. Raps und Sojabohnen. Im Wechsel. Ja, vielleicht können wir demnächst mal irgendwie, keine Ahnung, was anderes dazwischen schieben. Ja, das Blöde ist halt, die anderen lohnen sich nicht wirklich, weil die so richtig wittig sind. Selbst die Sonnenblumen, was das nächste wäre, kriegst du irgendwie nur noch 1.000 dafür. Na gut, bei der Maplefield Mill jetzt 1.400, aber das ist halt... Und bei den anderen kriegst du nicht mal 1.000 dafür. Also bei Mais zum Beispiel oder Weizen und Gerste. Kartoffeln brauchst du gar nicht erst anfangen. Oder Rüben. Außer natürlich, du kriegst bei Rüben und Kartoffeln so richtig viel vom Acker, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Dass du dann halt eine größere Menge hast, aber einen geringeren Preis halt pro Kilo oder was auch immer. Oder pro Liter oder was? Ja, ist ein Liter. Also, das Schneidwerk für Sonnenblumen und Mais würde 34.000 kosten. Nochmal zusätzlich. Wobei... Wobei... Mais ja echt... Im Keller ist. Kann man hier recht sagen, ja. Und, ähm... Okay, Sonnenblume würde gehen. Raps ist tatsächlich nur mit das Beste, was man machen kann. Aber vielleicht würde ich halt demnächst mal noch... Keine Ahnung... Mal nochmal Weizen zwischendurch oder sowieso. Naja. Okay, scheinbar ist das eine fertig, Max. Äh, ne, das war ich. Ich hab da... Falschkopf gedrückt. Wie sieht's denn bei dir aus hier? 6.000 hab ich gleich. Also ich hab jetzt 5.900. Helfa F hat die Arbeit schon wieder beendet. Erfolgreich. Puh. Ah, ich bin voll. Alles gleich hin. Ich guck nochmal schnell, was der Flug noch macht. Oder das kannst du ja machen. Du kannst ja bei Metrasher hier... Ja. Helfa kurz einstellen. Der Flug ist... Noch nicht fertig. Ach ne, ist die Drillmaschine, ne? Helfa F. Ne, der Flug ist noch... Es hieß, der ist fertig. Aber der ist noch gar nicht fertig. Ich muss jetzt nochmal einen Helfer engagieren, weil der zu doof war. Ja, die Drillmaschine ist gleich fertig. Den kann ich mal rausschmeißen. Hab ich mal raus? Ich brauche... Du wirst nicht nur über wieder sein, wenn du ja mal rauskommst. Ich brauche... An das ist nicht nur über ein bisschen. Das war schlauend. Drillmaschine und dem Kn線 kommen ja schon gut. Die... Dann müssen wir ja gleich hier. Das ist aber gut, dass... Ich brauche, dass wir ja noch nicht damit machen. Das ist aber natürlich... Je brauche... Und jetzt einfach nur die Das ist ja hier. Von uns in das, dass wir nur die Wirklichkeit haben. so auskippen hast du gerade geld bekommen ja gut dann war das nur ein anzeige fehler hier ich hatte jetzt nämlich schon die befürchtung weil das ja relativ eng ist dass ich irgendwie daneben gekippt habe oder so also fällt 19 ist erfolgreich bestellt der dumme helfer hier schon wieder geht das jetzt eigentlich durch bis zu z und dann fängt es wieder an oder helfer b hat die arbeit erfolgreich bestellt das mit dem tanken ist aber auch eigentlich relativ sinnlos oder also er hat irgendwie so ein 250 liter tank und verbraucht eigentlich nichts oh max was denn ich habe ein problem warum guckst du gerade einem zu in der trimmaschine ja was hat er ja hat gut soja wohnen schlecht ich muss rapsen ich glaube der hat nur eine bahn gefahren tatsächlich auf jeden fall kannst du die bahn die du da gerade gezogen hast nochmal scheiße scheiße stopp nochmal komplett zurückfahren und neu ziehen scheiße darauf habe ich nicht geachtet ich bin so dumm also ich bin ein bisschen ich bin etwas es geht also ich bin etwas Co ich bin es ich bin ich bin ich bin ich bin haben ich bin ich bin Sooo... Hey, verzeih, ist so ein dummes Arschloch Warum denn? Weil die immer nur flügen Hier so zwei Bahnen und das war's Ja, das ist wahrscheinlich, weil der Acker schräg ist Ja, aber die müssen doch sehen, dass da noch was fehlt Ah, hast du jetzt nochmal neu angefangen? Naja, bei der einen Bahn hier Also die letzte Bahn sozusagen nochmal neu Ja Aber wahrscheinlich wird das nicht So wie es war Oder kurz entdeckungsgleich Ja Ne, doch passt schon, Max Passt schon so weit Nur, dass du vielleicht nochmal versetzt zurückfährst, weißt du Also ein Hype auf deiner Bahn und auf der noch davor Dann dürftest du alles abgedeckt haben Ist der Flug denn jetzt fertig? Noch nicht Eine halbe Bahn noch Ja, die mache ich jetzt einfach Fast voller Korntank Ja, ist nicht weiter schlimm Ich kontrolliere jetzt den Flugmeister Da ist mir aber auch ein Malheur passiert Wenn der Gelbe fertig ist, dann mach mal den Traktor ab und bring mir den hierher Kann ich nämlich schneller fahren Ja, wo soll ich denn den Flug so schnell machen? Achso, weiter hier, Max Lass ihn einfach da stehen Lass ihn einfach da stehen Ich hab den auch im Flug vielleicht abgekoppelt Im Flug den Flug abgekoppelt, Alter Du kannst, Max Ja Ähm Das ist aber ganz schön neblig jetzt hier auf einmal Mhm, hab ich mir auch so gedacht Fängt's jetzt an zu regnen? Nee, ne Weil wenn's regnet, dann kannst du nicht mehr dreschen Echt nicht? Echt nicht? Das können wir uns jetzt nicht erlauben Hast du den Flug auch weggefahren? Nee, der steht noch da Aber ich bin ja noch selber in der Maschine hier drin Achso, du trittst das noch zu Ende? Ja Und machst dann die nächste richtige Bahn So An für den Helfer Sozusagen Der Helfer hat jetzt übernommen Und ich bin jetzt im Flug drin Und fahr den wieder Aber der hat jetzt schon ne richtige Bahn, oder wie? Ja, also ich hab alles überdrillt Was falsch war Den Rest kann er ja selber machen Jaja, die neuen Bahnen macht er jetzt selber, ja Ja Vor allem wie schnell der einfach ist Mit dem Ja Mega krass Ah, wir haben schon wieder einen vollen Anhänger, Max Nice Ja Läuft ja doch ganz gut Wenn man sich ein bisschen Reinfuchst mit der Zeit Ja Ah, das Feld ist ja auch gleich schon wieder abgeerntet Ja Ja, aber dann sind ja gleich wieder 2000 Ähm 2000 Liter wieder hier im Tank, weißt du Ich hab ja schon mal 600 hinten bei dir rein Ich glaub du kannst das Pflanzenwachstum jetzt wieder normal machen Weil Habe ich schon alles wieder ein bisschen Alles Also ich kann's sogar wieder ein bisschen schneller machen noch, oder? Ich hatte nur kurz den Helfer am Apparat, damit ich das Pflanzenwachstum bestelle, also die Zeit Oh Gott Oh, bei mir leckt's Warte, bleib, fahr doch Kannst, kannst, aufhören Kannst einfach aufhören Hör einfach aufhören, alter Scheiße So, Helfer A hat die Arbeit beendet, das glaub ich ihm nicht Dieses Trickschwein Hat wieder Teil verjessen? Ja, weil der Acker so schräg ist, die verjessen immer Hilfe für die Teil Der kann hier dann gleich mal Weizen aufs Feld 12 bringen Wenn er da hinten damit fertig ist, dann wirst du Hm Alter, warum ist denn das so neblich, die Scheiße? Ich werde nicht in der nacional wobble. Nach einer Faden Wلى Hier Ich habe Not Wεται W offices Zu Wasser Je Wir Wir W Flüssig Die Gruppe von dem Metrisch ist ja mal mehr geil. Ja, voll die LKW. Hey, ich verstehe erst nicht, warum der nicht auch, äh, warum der nicht auch, jetzt sehe ich ja gar nicht, wo ich hier nach lang muss, da hinten. Wo ist denn der Trigger mit den... Ach dann. Oh jetzt, klart es wieder auf. Gott sei Dank. Okay, Max, geht weiter mit Ernte. Super. So, jetzt müsste das große Feld hier auch endlich mal fertig sein. Ich versuche jetzt mal, ob wir Saatgut auch aus dem Silo hier nehmen können. Das wäre ja eigentlich nur... Naja, eigentlich wäre es nicht logisch, weil... So, Planer öffnen. Ne, kann man nicht nehmen, scheiße. Müssen wir schon ein neues kaufen? Ne, ich glaube nicht. Weil wenn, dann müssen wir mal ein paar Helfer an... Ich weiß noch, wie wir das damals gemacht haben. Ja, mit dem Holzwag. Genau, mit dem Holzwag und dem Traktor mit dem Ding drauf. Äh, mit der Gabel vorne drauf. Ja. Aber wenn du willst, kaufe ich noch ein bisschen. Dann haben wir welches da. Saatgut, ja? Ja, und Dünger kannst du... Naja, obwohl Dünger ist noch genug da. Und das wird auch nicht so schnell alle, glaube ich. Ich habe jetzt mal vier Saatgut Big Bags bestellt. Ja? Ja. So, jetzt brauchen wir einen Hänger hier. Einen Flughänger, ja? Ist ja der Flugdingz. Kann ich in den Flug... ja. Moment, warum füllt denn da jetzt immer nur das eine auf hier? Verstehe ich nicht. Und ich... 써ère ich nicht. Vielen Dank.